Sag fort, die Wahn, kann ich denn nicht öfter bei dir sein? Warum geht das nur zweimal im Monat? Sind wir zusammen, bringt mir das doch sehr viel Freude ein, wie das eben ist, wenn man sich nie pfeift. Aber die Wurz, sie sieht das nicht gern, warum hält sie mich denn von dir fern? Und dabei lieb ich euch beide, denn ich bin euer Kind. Warum nur kein Licht entscheidet, wo ich gerne bin. Sag fort, die Wahn, bringst du mich nachher nicht mal nach Haus? Und kommst für ein Weilchen mit zu uns rein. Die Mutti wirft dich doch bestimmt nicht einfach wieder raus. Aber du sagst nur, dass es nicht geht, weil irgendetwas zwischen ein Stil ist. Und dabei lieb ich euch beide, denn ich bin euer Kind. Und dabei lieb ich euch nicht, dass wir bald wieder eine Familie sind. Untertitelung des ZDF, 2020